Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Part von Roads of Rome. Heute spielen wir ein bisschen und ich habe ein bisschen weiter gespielt, da es am Anfang immer dasselbe ist. Und ja, wie ich mitgekommen habe, ist jetzt bei allen Ferien und ist meine Sicht auch voll schön, oder? Jetzt ist es nicht mehr so einfach, sondern mittlerweile ist es auch so alt. Jetzt kann ich aber hier gerade bewegen den Sound. Ich will genau was da los ist. Ich probiere das mal rauszufinden was hier genau mit dem Sound passiert ist. Ahhhh genau. Jetzt meine ich dass hier Sound höre ich mich, weil ich höre momentan gar keinen Sound. Ja, das ist doch momentan voll chillig. Meistens ist doch nur so, dass wenn am Anfang keine Arbeit ist, oder? Ja, Essen, Maul, Essen. Immer dasselbe anfangen. Da ist ein Boothaus, das können wir auch bauen. Wenn wir an den zweiten Teil kommen, dann kommen wir auf Stein. Zwei Kristalle, eine Straße. Ja, passt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Projekt weiter sehen wollt. Oder ob ihr in ein anderes Bild geblieben wollt. Ich hab nämlich auch einen neuen Rechner gekauft. Und mit dem ich auch was anderes zocken kann. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ob ihr das hier wollt, oder was anderes. Das ist halt so ein Fach, sag ich jetzt mal. Andere ist alles für dich jetzt immer gut. Das ist halt wirklich entspannend. Das ist halt so, was passiert. Ich brauche hier ein bisschen Müll. Das Lagerhaus ist dafür da, dass man mehr gesossen bekommt. Das ist eigentlich lieber fünf. Und wenn es Lagerhaus jetzt gebaut wäre, würde das jetzt zum Beispiel sechs bringen. Das hilft mir nicht einmal mehr. Ich hab jetzt ungenauert sein. Hab ich jetzt schon? Nein, ich hab jetzt schon sechs. Nee. Das heißt, Steinbruch könnte ich dabei auch nicht verbessern. Mal langen Lager. Dann würde ich mal ein Kristall in Angriff nehmen. Ich habe keine Rose wie Strafe. Die Kristalle sind auch richtig. Es fehlt halt immer trotzdem was. Das ist eigentlich ein Baum, oder das? Wie sieht man, das? Wie sieht man, das ist nicht so? So, ich hab mir nur das! Ich hab jetzt wieder gehabt. Die Erde. Dann bau ich die Straße weiter. Und dann das Gold! So, dann hier противokrisal. Und dann habe ich noch ein Kristall. Ich hab's geschossen. Aber das ist ein Kristall. Bei mir ist sie... Ich muss hier ein bisschen abbauen, ein bisschen erdringlich abbauen, dann steigen holen. Das ist jetzt einfach schon die E-Helf-Zeit rum. Das ist ein guter Wort. Es gibt Sonnen schon hier. Ich bin stabil. 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 Da muss ich wieder eine Brücke bauen, ich halte, warum bin ich ja kein Arbeiter. Westen, Gold, Brücke, Stein. Wie viel Streckelen liegt jetzt eigentlich? Er steigt gar nicht. Ich bin vonrays, Bogen, Strecke, 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 Strecke! Nee, das reicht nicht mehr. Schade. Hat es auch noch nicht gereicht? Ich weiß, es ist gar nicht, was ich für das kann. Nein, ich kann es nicht mehr. Ich kann übrigens auch noch ein Schnallprogramm in die Kommentare schreiben. Da ich momentan auch noch suche nach einem sehr guten Schnallprogramm bin. Also... Ich bin hier im Nussstrassbau. Und das hat leider wieder nicht geklappt. Schade. Schade. Dann bleiben wir mit den Lern schonen. Und das Wasser veröffentlicht. Ich würde euch das jetzt mal gerne rausschneiden. Ich habe es leider veröffentlicht. Und damit kann ich nicht einfach so gut schneiden. Deswegen bleibt das Farming und leider alles drin. Was wir freigeschalten haben, ist die Feftung, ein Lagerhaus, Goldmühlen, Steinbrot, Sägewerf hätte ich gerne in Level 2, Lager Level 4, und das weiß ich nicht. Ballon-Turm, glaube ich. Ich habe es nicht. Und Fisch heute. Jetzt mache ich noch ein Level. Und 70 Einheiten Holz. Das ist schwer. Das ist mein Holz. Infect Emulation of Green. Ich meine, ich würde für mich jetzt gar nicht so saft werden. Perfekt. Na, ich jetzt auch endlich mal Holzlevel 2. Ein Kristall, ein Grunstein, besser auch ein Kronstein oben in der Ecke. Jetzt brauchen wir aber noch mehr Arbeiter. Deswegen fühle ich jetzt gar nicht lieber Holzfarben. Holzfarben... Ah, Holzspidey-Votogabend. Ja, Holzfarben. Das ist das Wichtigste, glaub ich. Ich finde es auch ein bisschen kass, wie die Böder immer nach mir abblicken, aber sie... Und meine kleine Farbe. Keine Rieserie, meine kleine Farbe. Ich nervte eigentlich nur diesen kleinen Farbe. Das kann ich nicht hier bauen, habe ich Gold bekommen. Echt Gold, habe ich das hier, habe ich hier viel Holz und ein Lagerhaus und das hier draußen. Aber es fehlt wie immer Holz. Und jetzt habe ich das hier. Ich kann ja auch mal das hier bauen. Ein bisschen Gold. Gold. Ich hätte gern echtes Gold. Wobei Gold ist ja heutzutage gar nicht mehr so viel. Ich habe noch ein bisschen Gold. Ich habe noch zwei Gold. Das habe ich jetzt. So, ich bin schon... So, jetzt werden immer noch 63 Holz. So, jetzt habe ich die Farbe. Dann habe ich... Ich hole eine Bolle oder ein Boot raus. So, jetzt habe ich noch ein Stein. Ich habe jetzt hier. Ich habe jetzt hier. Ich habe hier weg. Ich habe hier ein Stein. Im ersten Fall aussieht es Steinhaufe, ein Steinbuch und hättest du das auch besser machen können. So, da muss ich echt sein, hätten wir echt das so machen können, dass man aussehen Steinhaufe, Steinbuch. Ich habe ein kleines Anfangsprojekt hier. Okay, wir schreiben ob ich da auch weitere Parts machen soll oder ob ich glaube keine, die ist genervt. Ich habe die Parts ab. Weil hier sind wir auch die Rechte hier. Dann habe ich das hier. Dann habe ich hier. Na, ich werde jetzt auch. 1 2 3 4 4 5 5 Ich hab 5 Strasse, aber da muss noch mehr Strasse hin. Ich hab ihn sehr zusammengestellt mit ner guten Grafikkarte. Falls ihr da über mein PC wissen wollt, könnt ihr mir das gerne unten reinschreiben. Ich würde auch gerne was anderes spielen, aber wenn ihr sagt, ihr habt nicht wirklich viel Bock darauf, jetzt was anderes zu sehen, dann spiel erst das Spiel fertig. Und dann den anderen auch was anderes spielen. Oder ob ich so ein Mix machen soll zwischen dem und dem anderen. Das wird nichts. Das wird nichts. Ich glaube, ich hab verkackt. Ich hab mich zu stark auf das Holz konzentriert. Jetzt ist das so ein trickster Tier schon wieder da. Ich kann mich zu 양setzen, dann auch ohne Schm worthien. Ich glaube, ich habe noch mehr Zeit für die Worte, sondern ich arbeite auch zu gewinnen. Ich fange mich an die Worte geben, weil ich nur sehr viele Dinge habe. Ich kann mich an die Worte geben. Was ist das hier? Das ist das der Expelle. Sorry. Was ist das? Das ist gut. Hier ist die erste Kristall. Ich will essen. Zack, zack, zack. Es wird doch noch was. Ich guck jetzt mal, dass sobald ich ein Schneidprogramm gefunden hab, dass es mir gefällt, dass ich diese langen Passagen, wo nichts wirklich wo passiert, rauskatte. Und erhofft, dass wir dann mehr als 2 Level in 20 Minuten lang mitgekackt bekommen. Auf jeden Fall, das war's jetzt mit der Folge. Ich tu nächstes, nächste Woche, meine Folge dann am nächsten Sonntag. Müsste dann die erste Feierkirnwoche wenigstens sein. Und ja, ich kann euch mal noch das letzte Level von der ersten Weltzeiten, der fand ich recht gut. Das war einfach so ein Minispiel, da wusste man so Diamanten wählen, so zusammenziehen. Und muss ich sagen, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Einmal so was anderes ist, wie sonst immer das blöde Farmen. Und warten, bis was wichtiges kommt. Nun kann ich auch zum Beispiel hier auch weiter spammen. Jetzt fällig noch ein bisschen weiter. Also, erstmal einfach das Minispiel. Da, eine Zahl von 1-1. Was ist da jetzt genau? Ach, das ist Experte. Ich glaub, das wird Experte, wenn man hier alles auf Experte gespielt hat. Also, ich würd sagen, das war's jetzt mit dem Paar. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Und tschau, peace out.